Das Hotel Desin Moab liegt in Moab in Utah. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Desin Moab eine weitere Empfehlungsrate von 60%. Sieben Gästen haben das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Service 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Zimmer Akzeptable 3,7 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,4 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,3 und 6 Sonnen bewertet. Gastronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,2 von 6 Sonnen hat es gereicht. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.